Ich möchte mal feststellen, dass ich seit einer Viertelstunde in meinem Stadtviertel rumlaufe und einfach nur darauf warte, dass es regnet, weil ich unglaublich Lust habe, im Regen rumzurennen. Ich weiß nicht warum, ich bin überhaupt nicht ausgelassen. Heute früh der DRK-Auskurs, habe ich schon erzählt. Dann noch in der Stadt mit ein paar Mädels und einem Kumpel. Und jetzt, ich weiß nicht, ich habe gerade Abendbrot gegessen und bin total euphorisch rausgegangen. Moment. Es sieht echt unglaublich nach Regen aus. Aber es tropft einfach nicht. Überhaupt nicht. Ich meine, was soll der Scheiß? Da habe ich einmal Lust auf Regen und dann sowas. Jetzt kommt hier bestimmt schon das dritte Auto vorbei und guckt mich total bescheuert an, was ich überhaupt mache. Aber nun gut, was soll es? Ne, was haltet ihr von Regen? Es würde mich mal interessieren, ob ihr auch so gern durch den Regen täntelt wie ich oder ob ihr eher die Sonnenmenschen seid und euch dann ein bisschen sonnt und im Strand rumliegt und im Freibad. Nein, ich hoffe auf Regen. Wenn noch Regen kommt, dann werdet ihr es bestimmt noch sehen. So, seit vorhin sind ungefähr zwei Kilometer vergangen. Das, was hier vom Himmel kommt, kann man nicht mal als Regen bezeichnen, nicht mal als Nieseln geschweckt, sondern als Tröpfeln. Es wird immer grauer. Moment. Ja. Und es regnet es einfach nicht. Ich weiß nicht, was es soll. Normalerweise, ich brauche Sonnenschein und es schüttet aus einem Mann. Und ausgerechnet heute, wo ich mir mein Regen wünsche, regnet es absolut nicht. Ich weiß nicht, was es soll. Mal gucken. Ich habe noch, vielleicht noch anderthalb Kilometer bis nach Hause. Vielleicht fängt es ja noch an, dann laufe ich noch eine Runde. Wenn nicht, dann, naja, dann nicht. Das ist doch Schwachsinn, echt mal. So, ich bin jetzt zu Hause. Man hat es vielleicht, dass ich halt übelst. Es hat natürlich nicht geregelt, nachdem ich über eine Stunde unterwegs war. Aber, hey, vielleicht das nächste Mal. Na gut, morgen will ich im Garten, ein bisschen Sonnen. Na ja, hoffen wir, dass wenn ich das nächste Mal so mutig bin, dass es wenigstens dann ein bisschen regnet. Na ja, wie gesagt, was ihr von solchen Werte haltet, da unten Kommentare.